Klappe, die fünfte. Pass. So. Juli, mittlerweile sind wir hier kurz hinter Wels angekommen im Hotel Fischer. Wunderschönes Hotel sind wir da und sie hatten jetzt gerade ein gutes Essen, ich glaube, mit einem super Buffet. Jernik Steimle steht neben mir. Morgen geht es los um 12 Uhr in Wels mit einem Prolog, 2,5 Kilometer. Topf eben. Wir haben es gerade nochmal angeschaut, da auf unserem Roadbook. Und ich glaube, morgen Etappe für Jernik. Jernik, wie bist du für morgen vorbereitet? Ich durfte heute ein kurzes Ecstasy-Interview mit dem Matthias Wrendle führen. Er hat leichten Respekt vor dir. Er hat es mir gesagt, also er hat sich natürlich da vorn gesehen, aber ich glaube, er hat schon im Hinterkopf, dass da noch einer da ist vom Team Vorarlberg, wo das dann halt schon gefährlich werden könnte für ihn. Wie siehst du das für morgen? Gut, ich meine, ich habe die letzten zwei Rundfahrten zwei gute Prologs abgeliefert. Und ja, ich fühle mich fit, bin motiviert und habe mir das heute schon genau angeschaut. Und ja, es kommt mir zu 100 Prozent entgegen. Es ist technisch nicht relativ einfach, was mir auch zugute kommt. Und ja, ich rechne mir viel aus und hoffe natürlich morgen, dass die Beine mitspielen. Na ja, ich glaube schon. Gewinn an der Oberösterreich Radrundfahrt gelbe Frikon nach Hause gefahren, nach Vorarlberg. Also sensationell. Morgen, glaube ich, mit dem Bericht her ist ein bisschen mit Rückenwind zu rechnen. Ich glaube, das spielt ja schon ein bisschen in die Karten, oder? Ja klar, wir haben auf der langen Gerade über die 700 Meter Rückenwind. Zum Ziel dann hin wie der Gegenwind. Aber ich denke mal, dass die meisten Fahrer die gleichen Bedingungen haben. Ich werde um 12.20 Uhr starten. Und ja, wir gehen vor dem Frühstück noch nüchtern fahren. So ein bisschen Stoffwechsel anzuregen, um die Beine freizumachen. Ja, und dann auf zweieinhalb Kilometer muss man nicht viel einsparen. Ja, genau. Wie gesagt, super Österreich Gewinner. Hat das quasi das Terrain, kennt der Janik Steimle. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund seht. Man sitzt jetzt noch zusammen, da gemütlich vor unserem Teambus. Und bespricht da das eine oder andere. Und ja, ich glaube für morgen sind alle gerüstet. Und Material steht. Und ich denke, wir werden morgen eine schöne Etappe erleben. Also 12 Uhr geht's los. AlpentorTV. Einfach reinschauen. Janik ist bereit. Wir sind es auch. Also bis morgen. Ciao. Einschalten. Bis bald. Bis bald. Mal. Und jetzt noch mal. Vielen Dank.